Guten Tag, Hello, Bonjour, Buenos Dias, willkommen in unserem Hotel Global. Toll, dass ihr da seid. Also, mein Name ist Tim Esperanto. Ich bin hier der Chef oder eigentlich Hoteldirektor, aber das ist zu förmlich. Es reicht, wenn ihr mich Tim nennt. Okay, so ein globales Hotel zu leiten, ist echt aufregend. Ich treffe Leute aus der ganzen Welt und lerne jeden Tag viel Neues dazu. Über die Globalisierung meine ich, also was das bedeutet, dass nämlich alles, wirklich alles auf der Welt zusammenhängt. Oder wen von uns die Globalisierung betrifft, nämlich jeden. Oder ob wir mit unserem Tun auch was bewirken können. Und ich sage euch, ja, das können wir. Na, neugierig geworden auf unser globales Hotel und bereit einzuchecken? Dann ab an die Rezeption. Dort bekommt ihr eure Sammelmappe für die Reisedokumente. Unsere Rezeption ist rund um die Uhr geöffnet, falls ihr mal Fragen habt oder nicht mehr weiter wisst. Nur keine Scheu. In jedem Hotelzimmer könnt ihr außerdem über das Zimmertelefon Informationen von der Rezeption abrufen. Und bevor ich es vergesse, was ist denn das Allerwichtigste in einem Hotel? Na klar, die Hotelgäste. Auch sie können euch im Hotel auf eurer globalen Spurensuche unterstützen. Ihr werdet sehen, sie sind nett und kommen gerne mit euch mit. Nun gut, wenn ihr keine weiteren Fragen mehr habt, dann mache ich mich auch wieder an die Arbeit. So ein Hotelschef hat ja immer alle Hände voll zu tun. Wir sehen uns und habt viel Spaß noch.